Hallo! Keine Ausfahrung, um sie abzudrehen. Geht los! Links! Ja, ja, schon klar. Was? The fuck? Das war Winterstraße, du warst Zeuge. Ja, ja, warte. Mach mal du weiter, ich mach frei. Wir müssen zwei gleich aussehene Kisten bringen zu dem Mann, der da ist, in den Häusern für dich um. Ich hab eine gefunden, ist... Ah, ok, haben wir nicht, haha. Ich lass die Kiste bei dir und geh wieder los, ok? Ja, hauptsache die klaut keiner. Ja, deswegen bleibst du hier. Ok, 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 ja. Können wir sie verladen, vielleicht? Ja, verlad's denn. Nee, nee, ich renne jetzt mal los, bleib du hier. Wir haben zwei Kisten, ich weiß nicht. Vielleicht geht ja auch nicht. Shit. Das war's nicht. Ich hab keine Ruhe. In dem 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 Leer Ja, arabische. Hallo Simax. Ich bin King of the Kiste. Nein! Fingerabend von meiner Kiste. Das ist doch gar nichts. Du liest hier meine geheimen Kistenaufschriften. Nein. Bestimmt. Nein! Oder lag die eine Kiste ein und das kann ich dir so schwäch beschreiben. Ja, oder ich verstehe einfach den Weg, dass er nicht raus kann. Die wollten mir den Weg verschwinden. Nein, es gibt nicht Zeit für, oder? Ich kann nicht mit der Kiste umbringen. Geh lieber weg, weil ich kann nicht mit der Kiste umbringen. Die ist tödlich und ich werde sie auch einsetzen. Du hast uns geklaut, die Nase. Wer ist denn Star? Hallo, Star. Los, rück die Kiste raus. Na gut. Du hast die falsche Kiste. Das ist griechische Schriftzeichen und... Guck mal meine an. No! Die andere ist links, aber ich kann sie auch herbringen. Okay, ich geh wieder los. So, eure nächste Anweisung. Und zwar, guckt auf die Map. Wenn ihr die Hauptstraße entlang fährt, Richtung Sofia, seht ihr in der Mitte drinnen zwei Funktürme links und rechts der Straße. Ja. Ich habe einen Campingtisch gefunden. Ein was? Einen Campingtisch... Einen Campingtisch mit irgendwelchen Notizen drauf. Äh, okay, lese mal die Notizen, ich komme zu... Das kann ja echt nur eine kleine Zahl sein. Eine sehr kleine Zahl sein. Entweder eins oder zwei. Angenommen es wäre zwei oder vielleicht auch drei, dann wäre das... Äh, ich schreib mal kurz mit. Wir haben H, C, J, T, G... P, C, E... Okay. Bei zwei, wenn's G, H... Äh, F, G, H... Ich hab's. P, Q, R, S, T... Ich hab's. Zwei ist es. Also... So vier ist es. Warte mal, wir können die doch einfach nehmen und dann... Da steht ja einfach Fahrer nach Sofia. Das heißt, wir können ja mal losfahren an sich. Hm? Vielleicht ist ja da schon was wir machen sollen. Hm? Vielleicht ist ja da schon was wir machen sollen. Genau, vielleicht können wir einfach losfahren und das Ding halt zwischendurch lesen. Dann fahr ich aber. Wieso sollen alle Ruinen zählen? Okay, äh... Uff, gehst von hier, ich geh nach Norden, okay? Was sollen wir hier bei der Military Base? Keine Ahnung. Also hier im Tower ist nichts... Das Ding hier meintest du doch, oder? Die Halle. Da ist noch ne Military Base, ne? Oh. Ähm, Richtung... Süd-Ost... Südwesten von hier. Ich steck mal hinten ein, falls ich umköpfe. Weder 22 oder 23... Kommt halt drauf an, wie groß das Ding ist halt, ne? Ja. Was da alles zuzählt. Äh, wir hängen grad so'n bisschen... Moment mal. Was, was für'n scheiß Graben hier. Wow. Ist sie so, irgendein Hampel, der rumrennt? Nix. Ich hab das Ziel nicht getroffen, irgendwie. Äh, wir wissen schon, wo's ist. Okay, ihr habt das Ziel nicht getroffen. Okay. Dann ist kein Problem. Dann entsprechend bitte den Mörser, äh, hinlegen. Äh, ihr fahrt dann nachher direkt weiter zur nächsten Station. Oh, jetzt haben wir verloren. Nein! Ja, ihr habt jetzt leider keine Zeit im Buße, aber das ist jetzt nicht das Problem. Ja, okay. Gut, voll. Ja, gut. Wer weiß, wer für alles auch nicht getroffen hat. Wow. Ja, aber... Also ich hab halt ein kaputtes Fahrzeug gezogen. Also eine Gruppe hat's geschafft anscheinend. Und... The fuck, wo sind wir? Finde ich schon zu weit. Ach, hier sind nämlich Ruinen. Ich... 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 Weiß nicht. Ich glaube eigentlich... Wir sind dafür... Am Anfang sind wir echt sehr stark nach Norden gefahren. Also eigentlich müsste wir jetzt, äh... Nach Südwesten müsste eigentlich stimmen. Das ist einer aufgenommen. Ich... Ja. Wie ist die? Whooo! Ja. Ich passe hier gerade an einem Device. Ich weiß noch nicht genau, was das ist, aber wenn es fertig ist, dann werde ich es rausfinden. Ohne Zweifel. Dummerweise hat mein Schussliger Assistent hier in dem Hotel so ein paar Werkzeuge von mir verloren. Und ich hätte gerne, dass ihr mir zweimal dieses gelbe Pad da auf der Theke sucht. Noch zwei Stück. Okay. Irgendwo in dem Hotel. Mach hin, das reicht schon. Ich habe es gesehen. Vielen Dank. Ich kann jetzt weiterbauen. Mal gucken, was wird das Device. Ich habe noch Freunde, die sind draußen auf der Bucht auf dem Heliträger. Die wollten noch was von euch. Auf der Burg? Wupp, wupp. Ich nehme das andere Methode Rad. Ups. Irgendwo rechts raus, ich habe das hier gesehen. Ich wollte halt nur nicht ganz so brutal rennenbrettern hier, weil... und so. Aber... Was ist los? Was ist los? Da passen nur zwei rein. Fick dich. Was? Da passen nur zwei rein. Ich habe keinen Festplang dabei, leider. Ach, geht doch wunderbar. Was ist mit euch? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Einmal den Parkour abfahren. Da dürfen sie als erstes fahren. Ach, wie schön. Müssen beide oder müssen wir... Beide. Einer nach dem anderen. Deswegen gibt es auch zwei Cards hier. Einer fährt nach dem anderen. Aber hier ist noch einer. Ja, der ist die. Wenn du mal kommst, das ist blockiert unten an den Reifen. Aber warum? Warum nicht? Alleine fahren ist ja voll... Ich steuere nicht bezahlen, deswegen sind die Reifen gesperrt. User, let's join your channel. Ist das schon. Habe ich gerade eben... Nee, habe ich nicht, oder? Nee. Wo ist deine Leiter hin? Die ist beim Mörser verschwunden, als ich die Mörser aufgenommen habe. Ja, das klingt mir auch so. Ich glaube, die hat auch nicht wieder aufgenommen, weil die echt doof ist. Die ist nicht doof, die ist cool. Aber wir haben es noch nicht gebraucht. Ich hoffe mal, es bleibt so. Ich hoffe, das war... Ich habe ich mir auch nichts dafür. Nee, du hast wahrscheinlich einfach nur den... Weil es ist halt ein Rucksack. Ja, aber... Okay. Ja, aber was soll ich machen? Also eine Lack in der Kiste. Habt ihr das Ziel getroffen? Ja. Ich fand es richtig doof, dass da keine Ratschäbeln drin lag. Ich wollte das rechnen, oder wäre es fertig gewesen? Nee, das musst du ja nicht ausprobieren. Wieder drum zu testen, wer mehr Arma kann, oder wer besser Arma kann. Und gerade wenn sowas ist, dann würde ich doch, wenn man sowas weiß, habe ich meinen Vorteil, ist doch gut. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, das Beste war, ich habe noch nie mit dem Mörser geschossen. Außenmeter zu weit, 300. Höh, das Beste war es anders. Wie, was bin ich da? Die Lief, die Lief da? Oh, jetzt fliegender Wechselzeit. Ja, fliegender Wechsel. Viel Spaß. Der fällt gleich runter, du schaust raus. Gib ihm. Was war denn? Gib ihm, Seth. Gib ihm. Hm. Mit dem Helikopter finde ich auch ein schön nervend irgendwie. Ja, der hinten steht da. Der Ort ist in Sicht. Okay. Ja. Ja. Ich weiß, wo wir es hin müssen. Wir dürfen mal rauf fahren irgendwie links hier, aber. Ja, links. Und, ah, hier ist ein Kollege. Das wäre extrem geil. Ich kriege Angst. Okay. User left your channel. Wie ist er es defused? Oh Gott, okay. Ich habe drei bis jetzt, ja. Weißt du, wie viel we- Wow. Ja. 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 Okay. Dann, warte. Ich gehe auf Westbahn. Ihr fahrt dann jetzt mit dem Vehikel zu Oreo Castro. Zur letzten Stage. Okay. Oreo Castro sitzt im- Ja, gleich kommen wir auf die Ridge-Lion, endlich. Yes. Alles klar. Es geht einer zur Zeit durch. Okay. Einer fängt jetzt an. Einer fängt jetzt an und wir los. Ich fahr mal unser Fahrzeug beiseite. Warte, ist ein Weg hier. Ja, ja. Nicht? Lass das unterstehen. Ja, bei der Gegenfahrt ist es ein Problem. Okay. 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 Ich habe minus fünf Minuten gebraucht. Ich habe minus sechs gehabt. Das war zivilist. Fahrrad, wir müssen nach Westen zu der Ortschaft. Auf der Halbwende. Okay. Platz, 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 macht Platz. Es war sehr knapp, das Rennen alle miteinander. Also das restliche Rennen. Dann haben wir gleich Sieger. Unseren Sieger der Herzen, Ghost. Nice. Okay, ich mache das Foto. Stellt euch hin. Ordentlich hinstellen. Das richtige Feuerwerk gleich. Warte. Ja, das ist ein Sittenwerfer. Okay. Egal, LKW oder so. Komm, zeig jetzt noch. Das ist ein CZ-LKW. Ihr habt doch Rangefinder. Guckt doch mal, was das ist. Mit, ja, es ist dieser LKW mit jemandem weißen Hemdchen drin. Oh, warte, warte. Das ist von diesem lustigen Wissenschaftlertypen, die Kiste. Ach, die Nuke. Ach, du Scheiße. Oh Gott, ja. Oh Gott, Nuke. Was auch immer es war. Was ist euer Wohl? Was will der jetzt? Was ist das passiert? Hervorragend. Sehr hübsch, sehr hübsch. Und.